Es scheint sich zu lohnen, so der Professor. Du könntest ein paar Vitamine gebrauchen. Für mich echt? Nur nicht mit erwischen lassen. Essen ist hier nicht erlaubt. Okay, ich hab mal noch. Komm, ich nehme dir was ab. Na, deine Person war bestimmt auch gut. Dann hast du einen Top-Examen. Oh, das war Hegfurt. Das sollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass Sie noch daran gedacht haben. So ein Handikant ist doch noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Hegfurt's Büro natürlich. So ein Handikant. I need you, possibly. Rani